Hallo und ein herzliches Willkommen zurück in Tiny City. So, wir hatten eine große Straßendiskussion. Ja, also es ist sehr, mal so, mal so, irgendwie ist es sehr, ja, gespalten. Die einen wollen die Straßen klein, die anderen sagen groß. Also es ist nicht sehr, sehr eindeutig ausgefallen, sondern eher ausgeglichen. Und ja, ich überlege jetzt gerade, was wir denn machen, wie wir das am besten machen. Denn Argumente gab es dann sowas wie zum Beispiel, ja, das eine Haus, das ist, da ist die Straße schon breiter, das stimmt schon. Also tatsächlich ist das so. Und, ähm, also so wirklich unrealistisch ist das aber nicht. Ich habe mal geschaut, ähm, als ich unterwegs war. Also Straßen sind ja schon breit, ne. Ich glaube, also man könnte auf so eine Straße schon locker ein Haus draufstellen von, von den Proportionen her. Es könnte schon passen. Ich würde das Ganze jetzt hier erstmal ein wenig ruhen lassen mit den, äh, Straßen. Und, ähm, die, die Landstraße würde ich in dieser Größe jetzt erstmal lassen. Und würde dann die Tierarztpraxis fertig machen, würde ich gerne hier das Stückchen Wald fertig machen. Weil da hatten wir ja den, ähm, die Vorschläge doch mit, ähm, dem Baumhaus und, ähm, den, ähm, Bach da drinnen und so. Also das würde ich ganz gerne umsetzen, ähm, ja. Und mit den Straßen schauen wir dann, denke ich, nochmal, wenn es dann soweit ist, oder? Ähm, ja, weil Autos habe ich auch noch nicht so wirklich welche gefunden, die man auf so kleine Straßen kriegt. Also zweier Autos geht nicht. Wenn wir uns, ähm, für Autos entscheiden, dann, ähm, sollten auf jeden Fall die Straßen dreier Breite haben. Denn, ähm, eine zweier Breite ein Auto zu bauen, ja, letztendlich, klar, wäre das möglich. Es wäre dann so auf diese Art irgendwie. Äh, ja, ein bisschen lang. Machen wir das Ganze kürzer. So könnte man das Ganze, ähm, gestalten, klar. Hier dann vielleicht mit, ähm, ja, mit Rahmen oder sowas, ne. Ähm, Rahmen, da. So, als, als Reifen oder so, ne. Also das, das würde natürlich schon gehen auf diese Art und Weise. Aber ich finde, die sehen, ähm, ja, total daneben aus. Ja. Ja, ähm, ja, schwierig. Also die Straßen wirklich, wirklich ein, ähm, schwieriges Thema. Ich habe auch schon überlegt, das Ganze einfach, ähm, ja, in groß zu machen. Also dann tatsächlich drei und gar nicht die Autos auch in tiny. Äh, ja, nur, sondern nur die Häuser. Also letztendlich sind ja, wenn man so dieses, äh, Thema Tiny Homes nimmt, es sind ja meistens auch, dass eben kleine Häuser, zum Beispiel in Gärten von großen Häusern gebaut werden. Es gibt da ein, ein Land, eine Stadt. Ich weiß nicht mehr genau, ähm, wo das war. Ja, da gibt es sogar eine direkte Bezeichnung dafür, wie diese Häuser heißen, wo man dann eben, ähm, ein großes normales Grundstück hat und davor eben nochmal so ein kleines. Also das gibt es dann auch, dass man so eine Mischung hat. Ähm, ja, vielleicht sollten wir dann nochmal überlegen, wie wir das Ganze hier gestalten, ob wir tatsächlich alles in tiny machen. Wenn wir alles in tiny machen, dann, ähm, können wir natürlich auch die Straßen in tiny machen. Das wäre dann ja, ne, nur, äh, konsequent, die dann eben auch in klein zu machen. Nur dann sollten wir vielleicht doch überlegen, ob wir auf die, ähm, Autos verzichten. Dass wir dann einfach nur, ähm, ja, uns die Autos denken. Oder sie dann eben in Höfe stellen. Aber dann sehe ja, wenn wir jetzt die Straßen nur zwei breit machen, sehe ein drei breites Auto einfach total daneben aus. Ähm, ich werde nochmal ein bisschen rumprobieren mit den, ähm, Autos. Aber, ja, also wie gesagt, zweier Breite ist schon sehr, sehr schwierig. Aber wir lassen das jetzt erstmal ruhen. Ihr könnt ja, könnt ja mal euch auch Gedanken darüber machen und vielleicht fällt dem einen oder anderen dann tatsächlich noch etwas ein, wie wir das Ganze hier super umsetzen können. So, unsere Papageien bellen, das finde ich toll. Ähm, okay. So, also hier war jetzt, wir waren bei den Katzen. Ich habe die jetzt übrigens, ähm, ja, so erstellt, dass die nicht mehr despawnen. Es sind aber keine gezähmten Katzen. Aber sie despawnen trotzdem nicht. Guckt hier, guckt hier raus. Hallo. So, ähm, ja. Wir waren drinnen. Im Gange. Ja, genau. Ganz toll. So, wir waren ja hier drinnen. Wir waren in der, in der Wohnung, ne? Wir haben noch die Wohnung, die Praxis und, ähm, den Wartebereich da vor uns. Badezimmer ist ja nun schon fertig. Das lassen wir auch erstmal so. Ähm, ja. Und da brauchen wir jetzt, wir brauchen noch irgendwie ein bisschen, äh, Licht. Wir brauchen eine Küche und wir brauchen eine Sitzecke. Und da ist jetzt die Frage, wie gestalten wir das Ganze? Also wirklich ein Sofa oder sowas gibt es ja nicht. Das machen wir auch nicht. Das ist einfach zu viel Platz, was da weggeht. Und wir hatten ja auch gesagt, hier den Fernseher hinzuhängen, ne? Okay, also ich würde sagen, dann, äh, beginnen wir doch erstmal mit der Küche. Was muss in die Küche auf jeden Fall? Ein Ofen. Ich muss mal gucken. Ich würde mir gerne mal die anderen Öfen angucken. Das ist ein Räucherofen und der Schmelzofen. Ob das irgendwie besser aussieht? Nö. So. Also der sieht schon, äh, nach, ähm, bisschen nach Backofen aus, ne? Wollen wir da eine Platte drauf packen? Gucken wir mal. Die Eisen, ach da. Ich würde gerade sagen, hm? Ja. Also der sieht schon ein bisschen mehr nach, huch, nach, ähm, Backofen aus, ne? Wie der normale Ofen, finde ich. Aber mal gucken. Vielleicht können wir den, den hier nehmen. Ähm, wir brauchen noch einen Waschbecken. So. Also Waschbecken brauchen wir. Ich stelle das einfach mal hier so in den Raum. Waschbecken. Ähm, ein Kühlschrank wäre nicht schlecht, äh, Kühlschrank. Da würde ich nehmen, eine weiße Schalkerkiste, glaube ich. Beziehungsweise zwei wahrscheinlich. Ja, das fände ich als Kühlschrank am besten. Ja, so kann man dann auch ein bisschen was reintun. Ein bisschen Lagerraum soll man ja hier auch haben. Ähm. Okay. Natürlich nicht direkt ans Fenster. Das wäre ein bisschen, äh, doof. Dem Kühlschrank. Vielleicht können wir den da hinstellen. Und den Kessel dahin. Und den Kessel dahin. Was? Waschbecken direkt neben dem Herd. Das ist irgendwie sehr unkomfortabel. Und den Herd direkt neben dem, äh, Kühlschrank ist auch nicht so wirklich gut. Wir machen das jetzt so und nehmen den Herd dahin. Joa, ich denke, das, das passt. Das ist okay. Ähm, wir wollten ja eigentlich in rosa bleiben. Ne, rosa, lila. Lila war es ja eigentlich eher. Ähm, was ist das? Ah, guck mal. Das ist eine originale. Die hat ja eine tolle Farbe. Die finde ich schön. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Oh, die gefällt mir aber wirklich gut. Komm, dann tauschen wir die hier auch aus. Ja. Sieht gleich viel besser aus, ne? Gefällt mir gut, die Farbe. Wirklich. Die ist klasse. So. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Ja, das sieht auch von draußen gar nicht so doof aus. Das kann man, denke ich, so lassen. Okay. Also, das ist definitiv zu viel. Das macht das Ganze, ähm, kaputt. Ja, weiß ist das schon besser. Äh, aber vielleicht was Glatteres, sowas. Das ist zu hoch. Schade. Aber wir haben ja noch weißen Teppich. Ja. Okay, also das finde ich gut. Jetzt ist die Frage, über den Kühlschrank machen wir das so. Hm, hm. Ja, naja. Da stellen wir irgendwas hin. Okay. Dann brauchen wir da noch den Dunstabzug. Dann können wir das da so dran packen. Ähm. Gut, jetzt wäre natürlich Licht gar nicht schlecht. Meeresgurten. Kann man die eigentlich ohne Meer auch dahin machen? Ne, ne? Die werden mit Sicherheit irgendwann kaputt gehen. Ähm. Ein Tisch. Ich möchte diesmal mal einen Tisch mit einem Gerüst machen. Ist auch, ähm, vor kurzem, was heißt vor kurzem, ist jetzt ja schon eine Weile her, ähm, wurde in die Kommentare eben geschrieben, so, ja, übrigens, äh, aus dem Gerüst kann man auch einen super Tisch machen. Und ich denke mir so, hm, ja, okay, habe ich mal wieder voll nicht dran gedacht und habe mir ganz fest vorgenommen, da, ähm, diesmal dran zu denken und, ähm, ich habe dran gedacht, kann man da einen Teppich drauf packen? Ich gehe mal davon aus, dass das geht. Nein, es, doch, es geht. Okay. Ja, dann, aber dann hat man damit ja Gestaltungsmöglichkeiten ohne Ende. Ich meine, die kannst ja, ne? Das ist ja schon echt, äh, cool. Schade ist, dass die nicht connecten. Ähm, ach so, apropos connecten. Ich habe, äh, Optifine drauf, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, durch die, ähm, Texture Packs, die ich ja momentan, äh, vorstelle, habe ich, ähm, Optifine drauf machen müssen, weil eins nur mit, äh, Optifine ging. Und ich habe mir gedacht, okay, ich lasse es einfach mal drauf, wird schon passen, ne? Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr das so okay findet oder ob ihr lieber sagt, so, ne, diese Connected Textures und so, das gefällt mir nicht, mach das mal wieder aus. Dann, ähm, mache ich das auch gerne ohne Optifine. Das ist also auch gar kein Problem. So, okay. Äh, die Kassen sind ganz schön laut, also wirklich Ruhe kriegt man hier auch nicht. Jetzt brauchen wir noch Stühle. Äh, Stühle. Was nehmen wir denn an Stühle? Äh, da würde sich ja eigentlich nach der Holzfarbe nach entweder was Dunkleres oder ein bisschen was Helleres, äh, gut machen. Also diese beiden vielleicht so als Auswahl. Ne, das würde hier mit dem, mit dem, der Farbe gut übereinstimmen. Und das ist zu hell. Das ergibt keinen Kontrast zum Boden. Ich finde das ganz nett hier, das gefällt mir gut. So. Hier braucht man gar nicht, ähm, wirklich viel springen mit dem Ding. Ich hab die noch nie wirklich ausprobiert. Damit soll man ja ganz hoch können, ne? Ah ja, okay. So, gibt es bestimmt noch mal eine Möglichkeit, die mal richtig auszuprobieren. Haben wir da jetzt sowas vorhängen oder eher nicht? Ich glaube, eher nicht. Man könnte hier jetzt ja auch noch einen dritten hin machen, ne? Dann hat man ein bisschen mehr, mehr Platz für, also ein bisschen mehr Platz für mehr Leute. Ähm, jetzt würde ich gerne den lilanen Teppich nehmen. Ähm, der passt aber nicht wirklich. Dann nehmen wir doch den Magenta. Passt der denn besser? Auch nicht wirklich, ne? Wenn wir den weißen nehmen. Ja, das ist schon besser. Ähm, jetzt hätte ich gerne noch... Also, Lampen brauchen wir auf jeden Fall noch. Und ich hätte gerne noch... Ah, ich muss da noch was ausprobieren. Also, ein Blumentopf auf jeden Fall. Kann man den da draufstellen? Oh, das geht. Oh, das geht. Das ist toll. Ach, schade ist, dass man das nicht in verschiedenen Farben bekommt. Das ist wirklich äußerst schade. So, da kommt jetzt auf jeden Fall auch eine Blume drauf. Und natürlich ein Sternlauch ist das einzige lila, ne? Bleibt das stehen? Ja, gut. Sehr schön. Okay. Ähm. Was machen wir da jetzt? Also, weiß fand ich da schon am... Am schönsten. Vielleicht kann man da... Mit Bildern noch was machen hier. Das wird da... Achso, lila habe ich hier. Irgendwas Lilanes. Was haben wir denn alles in lila, was man nutzen könnte? Farbe hätten wir hier. Das hier. Wie sieht das aus, wenn wir das so verteilen? Ja. Wie sehen die in so einem Teil aus? Hm, auch nicht schlecht. Haben wir da noch mehr? Da haben wir noch rosa. Aber wirklich lila haben wir da nicht mehr, ne? Schade. Was haben wir denn sonst noch? Wir gucken mal. Wir haben bestimmt irgendwie... Ah, hier. Noch lilane Items. Ah, das ist doch nett. Das gefällt mir gut. Und dann hätte ich jetzt gerne da noch... Äh... Eine Uhr. Eine Uhr. Die ist unter Werkzeuge. Und da brauchen wir natürlich noch wieder... Einen Rahmen, sonst wird das nix. Hm. Das ist irgendwie doof, ne? Das, äh... Wirkt jetzt dann irgendwie nicht mehr so... So toll. Ähm. Ach Mist, was machen wir denn da? Ein Gemälde ist da jetzt auch nicht das Richtige. Vielleicht nehmen wir das einfach... Runter. So. Was hab ich da? Hier haben wir ja auch noch diese... Diese Dinger. Wie sehen die denn da aus? Ne, das sieht nicht so toll aus. Wo war denn jetzt hier das Zeug da? Das da fehlt noch. Ja, ich würd sagen, nehmen wir es halt jetzt erstmal so. Ne? Und, ähm... Hier haben wir ja auch noch so viel Platz. Jetzt sollten wir uns noch, äh, um den Fernseher kümmern. Den würde ich hier an die Eichen, ja, daran hängen. Ne? Da hängen wir den Fernseher gleich dran. Und dann ist eben die Frage, was machen wir da? Da hätten wir ja, ne, wenn wir das Ganze so... Hä? Okay. So anbauen. Hätten wir ja durchaus auch noch ein bisschen Stauraum, ne? Wo man jetzt noch, ähm, Zeug hinstellen könnte. Gut, das sieht aber auch nicht so wirklich gut aus, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so. Na, mal gucken, da finden wir gleich schon noch was. Jetzt brauchen wir erst mal das Gemälde, um da einen, ähm, Fernseher hinzuhängen. Ja, perfekt. Das ist schön, das gefällt mir gut. Gut, ähm, Lampen brauchen wir natürlich noch. Würde die jetzt einmal, ähm, achso, ne, da hinhängen, so direkt über den Tisch. Ja, ein bisschen tiefer hängen würde mir besser gefallen. An was hängen wir die dran, so an Eisen? Achso, ja, das connectet jetzt ja doof. Oh, weiße da mit den, mit der Wand, mit den, den, äh, Stab. Da. Ja, das sieht, sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Haben wir nicht irgendwas Lilanes, was wir da ranpappen können? Irgendwas Kleineres, Lilanes. Ja, das geht ja mit denen nicht so richtig. Ha, ne. Die können wir da nicht ranhängen, oder? Ich glaube, die können wir nur irgendwo ranhängen. Da ist eine Pflanze, kann man das? Auch nicht. Okay. Ja, bleibt uns eigentlich ja nur die Möglichkeit. Wird da wirklich eine Lampe dran machen wollen? Ähm, Köpfe, das geht ja leider so nicht. So, jetzt irgendwie den Kopf dran machen. Der ist dann ja auf jeden Fall etwas tiefer. Ja, das funktioniert nicht. Hm, das ist auch, ist auch nett, ne, für den, für den Rahmen. So, äh, okay. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das ist wirklich, äh, schade, dass man, dass das nicht funktioniert. Ja, das ist, äh, ja, wirklich, wirklich schade. Ach man, was mache ich denn jetzt hier mit der Ecke? Das sieht ja nun wirklich doof aus, ne, wenn da so gar nichts ist irgendwie. Und nur so, so Dinger da dranhängen, finde ich jetzt auch irgendwie daneben. Gefällt mir auch nicht. Hm, man könnte vielleicht eine Nische hier hin machen. Nee. Ah, wirklich schwierig. Ich weiß nicht, was ich da hin machen soll. Fenster. Das wäre auch das Einzige, was da noch hinpassen würde. Ich hänge da jetzt eine Lampe hin. Eine Lampe, also wirklich, das ist unglaublich, ne, was, was man für wenig Licht braucht, wenn man so eine kleine, kleine, ähm, ja, Wohnung hat. Okay, ähm, ich lasse das jetzt so. Wenn ihr da eine Idee habt, dann bitte in die Kommentare. Also ich finde, es sieht noch sehr unwohnlich aus, ne, also tatsächlich sehr ungemütlich, sehr steril. Aber jetzt gerade in diesem Moment fällt mir da einfach, äh, nichts ein. Wenn ihr Ideen habt, dann, wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Ich würde jetzt erstmal den Part beenden. Im nächsten Part machen wir dann, ähm, ja, die Tierarztpraxis, würde ich sagen. Okay, dann, ähm, sehen wir uns im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020